Eine neue Folge MT5, heute mit einem Spiel Lichtdrachen gegen Finsterdämonen, das besonders schön die Stärken und Möglichkeiten der Lichtdrachen zeigt. Viel Spaß damit! Ja, hallo, Marcel wieder hier und wir haben ein Spiel mit Ruinen, Lichtdrachen gegen Dämonen. Zur Erinnerung, die Ruinen haben folgende Eigenschaft. Wenn man am Ende eines Zoo bis auf jede Ruine, also auf allen drei eine eigene Kreatur hat, dann hat man automatisch gewonnen. Das führt dazu, dass das Spiel deutlich fokussierter sein kann, da man halt nicht einfach wegziehen kann und auch nicht immer sowas mit Decken quasi machen kann. Also ich habe neben einer schwachen Kreatur eine starke und dann kann der Gegner das mit seiner mittelstarken Kreatur nicht schlagen, weil er dann von mir zurückgeschlagen wird. Und das funktioniert nur, solange meine Figur nicht auf der letzten Ruine steht, die der Gegner auch einnehmen muss, denn dann bringt es mir nicht mehr, das zu schlagen. Es geht jetzt direkt los. Lichtdrachen starten mit 4 und 6 als Aufstellung. Das hat den Vorteil, dass man schnell zwei Dreier reinbekommt und mit denen kann man dann schnell eine Mauer aufbauen. Die wird der Drachenspieler hier ganz bewusst aufgrund der Ruinen nutzen. Und die Dämonen starten mit 4, 3, 3. Habe ich auch schon, also zu beiden Aufstellungen habe ich glaube ich schon ein Video gemacht, das auch schon online sein sollte. Und genau, man kommt relativ schnell nach vorne. Die Dreierkombination ist bei den Dämonen sehr stark wegen der Fusion. Und man sammelt mit der Moorhexe schon Triggerpunkte, um nachher Unfug mit seinen Besessenen anstellen zu können. Jetzt sehen wir hier schon, dass wir schon eine Mauer gebaut haben. Oberhalb der Ruine, genau, ich habe die Dämonen gespielt und der Kionis hat die Drachen gespielt. Ich splitte hier schon mal die Moorhexe, da ich sehe, dass ich nicht stark bedroht bin und so schon mal mehr Kreaturen ins Spiel bringen kann. Was halt bei den Dämonen manchmal ein bisschen schwierig ist, zumindest solange man noch keinen Fünfer hat. Aber von den zwei Dreiern, wenn man unter Druck ist, auf einen Fünfer zu kommen, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Und so, da ich nicht unter Druck bin, splitte ich schon mal schnell, werte dann auf, habe wieder zwei Dreier. Genau, währenddessen der Kionis baut sich eine Mauer schon mal um die Ruine drumherum. Die Mauer darf zusammenhängen, quasi bis zu sechs Seelen lang sein und kann halt nicht angegriffen werden und also ich quasi gegen alles immun, gegen Angriffe, gegen Spezialfähigkeiten kann nicht bewegt werden vom Gegner. Genau, ich habe jetzt drei Dreier, bin damit defensiv auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgestellt, da die sich ja gegenseitig immer fusionieren können und mache jetzt schon hier einen Vierer, um perspektivisch auf einen Fünfer zu kommen. Ähm, genau, und die Ruinen sind jetzt für mich quasi schon mal auf ins Spiel, da die Dämonen keine Möglichkeit haben, über die Mauer drüber zu gehen. Die, ähm, also andere Drachen können das zum Beispiel mit den Geistern, die können sich ja über gegnerische Kreaturen bewegen. Ähm, die, ähm, Seladronen könnten das mit den Portalträgerinnen, äh, ja, ich habe aber keine Möglichkeit, deswegen konzentriere ich mich erstmal da. Ich habe erstmal den, äh, Zauber von der Moorhexe genutzt, ich habe ja sowieso genug Triggerpunkte, um hier ein bisschen schneller aufwerten zu können, um dann perspektivisch in den Wicht reinsetzen zu können. Ähm, genau, Kionis benutzt jetzt aber den Blutmagier, um den Dreier direkt zu einem Fünfer aufzuwerten und kann jetzt halt diagonal Druck machen auf den Dreier und wenn ich den Dreier jetzt wegziehen würde, kann er sich dahin bewegen und bedroht dann gleichzeitig die, äh, Moorhexe und den Dreier unten. Äh, das ist quasi so ein bisschen wie beim Schach eine Gabel, äh, nennt man das da mit Springern. Ähm, genau, aber ich kann zum Glück mit der Fusion mich noch, ähm, rausretten, äh, zu einem Sechser, den er halt nicht schlagen kann, fusionieren und dann direkt bedrohen. Er geht dann erstmal zurück und ich habe Zeit, ähm, mir da einen Wicht reinzusetzen. Ähm, nachdem er jetzt genau hier zu einem Drachen aufwertet und dann die Möglichkeit hat, wieder, ähm, neue Kreaturen reinzubringen. Vielleicht wäre es von mir besser gewesen, den Drachen unter Druck zu setzen oder quasi den Split zu verhindern. Ähm, ich setze aber erstmal einen Wicht rein. Ähm, Drache kommt nach vorne, kann hier gerade jetzt nicht splitten wegen meines Dämons. Und ich muss sagen, ich bin als Dämonenspieler etwas ratlos, ähm, die Ruinen sind ja quasi aus dem Spiel, ähm, ich komme halt auch nicht an seinen Vierer hinten dran. Wie gesagt, mit anderen Völkern hätte man das machen können. Ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das irgendwie schön ist mit den Seelen, dass man da quasi die Ruinen ziemlich einfach rausnehmen kann, ohne dass es, äh, oder so, zumindest dass es extrem schwierig ist, das zu verhindern für einen anderen Spieler. Ja, das ist ja irgendwie in zwei, ich überlege gerade zwei, drei, vier, vier Zügen, äh, passiert. Ähm, genau. Dadurch ist quasi dieses eine Ziel, die Ruinen zu besetzen, schon mal raus. Und, ähm, ich hatte vorher noch nie gegen so eine Strategie gespielt, wo der Gegner einfach versucht, mit einer Kreatur Druck zu machen und dann halt wieder abzuhauen, wenn es brenzlig wird. Ähm, ja, deswegen war ich etwas ratlos, wie ich jetzt dagegen vorgehen soll. Was ich dann erstmal gemacht habe, ist, ähm, mehrere starke Kreaturen. Ich auch hier werte ich wieder schnell auf, auf, ähm, eine Vier hinten, um einerseits, ähm, ja, quasi um eine Reserve Vier zu haben, wenn ich eine von meinen auf, äh, werten muss. Vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn ich versucht hätte, auf seine, eine Kreatur quasi Druck aufzubauen und die mehr in seine Hälfte zu drängen, äh, damit, ähm, ja, ich tausche und ich ihm nicht so viel Zeit gebe. Und wir werden nachher sehen, dass, äh, so viele Kreaturen haben für mich, äh, im Nachhinein doch eher nachteilhaft ist. Ich versuche jetzt hier, ähm, wieder, äh, Besessene reinzubringen, damit ich, äh, seinen Sechser quasi mit Fallen dann, ähm, fangen kann. Er splittet hier aber schon in zwei Dreier. Ich, ähm, ziehe jetzt eine von meinen Zweiern hoch, die Besessene, neben dem Wicht, äh, um ihm quasi eine Falle zu stellen, die aber wegen des Wichts gerade noch nicht funktioniert, denn das ist quasi so ein bisschen, ja, Vor- und Nachteil vom Wicht zugleich. Ähm, wenn man halt den neben einem Besessenen stehen hat, kann der Gegner ihn nicht schlagen und muss ihn daher auch nicht schlagen, aber, ähm, dadurch kann man halt, ähm, selber dann entscheiden, wann geschlagen werden muss, indem man den Wicht wegzieht oder aufwertet. Genau, einer der Drachenkrieger wird jetzt aufgewertet zu einem, ähm, Basilisken wieder. Man sieht hier auch, ähm, der Basilisk kann halt durch dieses Diagonale viele Figuren gleichzeitig bedrohen, ähm, die ihn selber nicht direkt schlagen können. Denn normalerweise können ja Figuren nur angrenzende Figuren schlagen und der Basilisk hat halt den Vorteil, dass er, ähm, ja, vier Felder bedroht, die, ähm, auf denen dann Kreaturen stehen können, die nicht zurückschlagen können. Ähm, genau, meine Besessene unten ist jetzt bedroht, die, ähm, ja, aufwerten bringt nichts, das heißt, die muss weg und, äh, was ich jetzt halt machen kann, ist hier das typische Dämonenspiel, ich gebe drei Triggerpunkte aus, um sie drei Felder zu, äh, bewegen, ähm, genau, bewegt sie dann zwischen dem Finsterdämon und dem Drachenkrieger, der Drachenkrieger muss sie schlagen und ich kann zurückschlagen und, ähm, bedrohe dann gleichzeitig mit meinem Finsterdämon auch noch, ähm, den Feuerbasilisken. Der da jetzt schon ein bisschen eingekesselt ist, wobei es für mich natürlich deutlich schöner wäre, wenn er nicht in meiner Hälfte eingekesselt wäre, denn da gibt es dann selbst für niedrige Kreaturen durch die Feldboni sehr viele Punkte. Genau, er geht jetzt auch noch weiter in meine, ähm, Hälfte und bedroht den Wichter und der gibt halt auch schon zwei Punkte, wodurch er dann wieder in Vorsprung wäre. Was man hier auch gerade sehr schön sieht, ist, dass der, ähm, Feuerbasilisk auch sehr schön die Besessene auskontert, ähm, denn selbst wenn der Wichter jetzt nicht stünde, dann könnte er sie gar nicht schlagen und die Besessene funktioniert sowieso nur gegen angrenzende Kreaturen. Und da der Feuerbasilisk ja niemals angrenzende Kreaturen schlagen kann, da er nur diagonal schlagen kann, ist er quasi vollkommen immun gegen die Besessene. Ich kann mich jetzt aber hier noch retten, indem ich den, ähm, Wicht wieder einsammle mit dem Sammler und mich dann selber zu einem Sechser aufwerte und, äh, ja, so nicht mehr geschlagen werden kann. Er geht weiter runter, bedroht dann perspektivisch, wenn er sich jetzt aufwerten würde, ähm, meine Moorhexe. Meine Moorhexe kann aber zumindest da aus der Zone auch nicht rausziehen, da das, ähm, Feld links von ihr aus dieser Perspektive halt noch vom Basilisken bedroht ist. Das ist auch was, was man sich quasi schon mal merken kann, ähm, mit dem Basilisken kann man halt gut Würfel festhalten, gerade wenn sie am Rand sind. Wenn wir uns das Ganze jetzt quasi zwei Felder weiter oben, wenn die, ähm, Moorhexe in der Ecke stehen würde, vorstellen, kann man so einen Viererwürfel, der da gegebenenfalls steht, was in manchen Aufstellungen schon vorkommt, ähm, mit so einem Feuerbasilisken gut festhalten, weil der Viererwürfel kann halt nicht wegziehen und, ähm, genau, wenn ich halt, äh, aufwerte, bedrohe ich ihn. Aber erstmal kann er nicht weg. Ich entscheide mich dann dazu, die Moorhexe aufzuwerten, ähm, bin dann quasi geschützt davor, dass er aufwertet, da ich dann auch direkt wieder aufwerten kann und hab die Möglichkeit, ähm, neue Wichte ins Spiel zu bringen, verliere aber auch alle meine Triggerpunkte. Der Feuerbasilis zieht sich jetzt wieder zurück und kann, ähm, perspektivisch auch wieder durch Aufwerten dann meine Besessenen bedrohen. Ich werte die auf zu einem Dreier, um das Aufwerten zu verhindern, das ist, ähm, ein Nachteil von dem Feuerbasilisken. Wenn da ein Dreier daneben steht, sind sie quasi auch, ähm, ja, zumindest wird, ja, wird dadurch verhindert, dass sie sich aufwerten und sie können selber den Dreier nicht schlagen. Ähm, deswegen treibe ich ihn auch ein bisschen so in die Enge hier, äh, ziehe jetzt mit dem Sechser runter, dadurch sind quasi schon die Felder links und rechts von dem Sechser blockiert für ihn. Ähm, genau, Aufwerten kann er selber nicht, da der Dreier daneben steht und, äh, O unten links ist durch den anderen Finster-Dämon blockiert, das heißt, ich dränge ihn hier quasi weiter runter. Vielleicht wäre es gut gewesen, jetzt mit dem Jäger nachzuziehen, um ihn da weiter am Aufwerten zu hindern. Stattdessen spalte ich jetzt den, äh, Dämon und ich würde so rückblickend sagen, dass das ein Fehler war, da ich dann mehrere Kreaturen, die halt kleiner als 5 sind, drinne habe und er die dann wieder bedrohen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, dieser Spiel, also allgemein sieht man Drachen relativ selten, dass sie gespielt werden und gerade in diesem Match-Up Dämonen gegen Drachen mit so einer Strategie, wo man quasi, ähm, ja recht unorthodox spielt und sich nur auf eine Kreatur, ähm, beschränkt, hatte ich halt noch nie gespielt. Deswegen, äh, ja, hier nicht unbedingt die optimale Strategie dagegen. Ähm, genau, Kionis macht sich jetzt aus seiner Mauer einen weiteren Geist und, ähm, kommt mit dem, nachdem er halt meine Moorhexe da bedroht hatte. Ich habe das so ein bisschen blockiert, indem ich selber zum 5er aufgewertet habe und, äh, kann jetzt, er kann jetzt halt eine, ähm, ja, neue Kreatur reinbringen und mich damit noch bedrohen. Und ich müsste, glaube ich, jetzt eigentlich versuchen, seinen Feuerbasilisken, der da ja schon ziemlich am Rand eingekehrt hat, ist, möglichst schnell, äh, mir zu schnappen. Ähm, genau, es reicht ja eigentlich schon, genau, wenn ich, statt da runterzuziehen, wie ich es überlege, zu einem 6er aufwerte, ähm, und dann runterziehe erst, könnte er nicht mehr entkommen. Ähm, wir kommen jetzt im Endeffekt in die gleiche Situation, nur, dass er gerade halt noch entkommen konnte, wenn er nach oben links gezogen wäre. Ähm, genau, ich entscheide mich jetzt auch nicht dazu aufzuwerten, sondern einen Wicht dahinter zu setzen. Das funktioniert bei den Dämonen eigentlich immer ganz gut, da man eine neue Kreatur drin hat, man kann nicht geschlagen werden. Ähm, aber hier auch gegen Feuerbasilisken etwas kritischer, da die an den Wicht drankommen, während, äh, wie man das jetzt so sieht, ähm, Völker, die halt nicht diagonal schlagen können, und ich glaube, das sind alle, bis auf die, äh, Drachen, die kommen an dem Wicht hier quasi gar nicht dran. Ähm, genau, ich gehe jetzt weiter, ähm, mit dem Dreier nach unten, um da an den, ähm, Drachen dran zu kommen, und den perspektivisch, äh, quasi in der Falle stellen zu können. Hätte ich jetzt eine Moorhexe und drei Triggerpunkte, dann, äh, hätte ich es schon gekonnt. So brauche ich jetzt halt zwei Züge, um das zu schaffen. Und, ähm, hier die Aufwertung auf den Drachenkrieger ist natürlich Quatsch, da ich mir dann, ähm, genau mit der Besessenen und dem Jäger den Sechser schnappen kann. Deswegen, äh, habe ich das kurz einmal gesagt, das ist halt so ein leichtes Übersehen und im Freundschaftsspielen, ähm, machen wir das dann gerne rückgängig, denn uns interessiert ja auch, was quasi bei optimalem Spiel passiert. Ähm, genau, deswegen, äh, wird der Drachenkrieger hier wieder zum Geist und der, ähm, Drache geht halt ein Feld nach unten. Ich bewege jetzt den Sammler von oben eins nach unten, um perspektivisch, äh, da auch neue Figuren reinzusetzen und, ähm, den Drachenhahn halt irgendwie mit einer Besessenen und einem Jäger oder auch zwei Jägern schnappen zu können. Wobei man natürlich sagen muss, da unten auf der Drei-Punkte-Leiste ist halt so eine Falle mit einer Besessenen, äh, auch nicht mehr so gut, da man dann nur 5 gegen 6 tauscht und mit einem Jäger tauscht man quasi 6 gegen 6, aber ich habe ja auch immerhin schon einen Punkt Vorsprung, kann mir relativ einfach einen, ähm, virtuellen Siegespunkt machen und, ähm, ja, das würde dann quasi schon reichen. Währenddessen ist schon der Geist zu einem Drachenkrieger aufgewertet zu werden und eigentlich müssen hier jetzt meine Alarmglocken angehen, denn, äh, der kann halt durch die Blutmagie in einem Zug zu, ähm, ja, einem, äh, Basilisken aufgewertet werden, was ihr ja schon hier sieht. Ich habe stattdessen nochmal eine Besessenen gemacht, das hätte ich besser lassen sollen auf jeden Fall auch, denn jetzt, ähm, habe ich hier irgendwie einige kleine Kreaturen, zumindest 3 Stück, die auch noch irgendwie alle so diagonal stehen. Da muss man, ähm, wirklich aufpassen gegen die Drachen, denn der Feuer-Basilisk wird hier jetzt ziemlich stark. Ich muss meinen 3er irgendwie wegbewegen und dann sind direkt zwei Besessene von mir bedroht, wenn er hinterherzieht. Ähm, genau, ich kann auch jetzt, auch ein Vorteil von Feuer-Basilisken, nicht durch Aufwertung von dem 5er zu einem 6er schützen, was man ja normalerweise gegen andere 5er könnte, dann, ähm, würde ich halt irgendwie 3er gegen 5er tauschen, äh, wenn ich mit dem 6er schlagen könnte, aber der Basilisk kann ja einfach weiterschlagen oder sich wieder wegbewegen, wenn er einmal geschlagen hat. Das ist eine sehr starke Regel, denn dadurch wird dieses Decken durch stärkere Figuren, in dem Fall durch 6er, ähm, komplett ausgehebelt, ne. Hier könnte er jetzt, ähm, den 3er schlagen, dann den unteren 2er schlagen und sich dann wieder wegbewegen, hätte ganz viele Punkte eingesammelt und, äh, wäre komplett außer Reichweite. Oder selbst, wenn hier halt die 2er nicht stünden, könnte er den 3er schlagen und dann auf das Feld, wo er gerade steht, wieder zurückziehen. Es tritt jetzt auch genau das ein, was ich eben gesagt habe, ich gehe mit dem 3er ein zur Seite, er, ähm, zieht mit dem 5er runter, bedroht jetzt beide meine, ähm, Besessenen. Ich sehe da keine Möglichkeit, beide zu schützen, deswegen, ähm, werte ich zu einem 6er auf, verhindere dadurch immerhin, dass er die, ähm, untere Besessene, die halt Bonuspunkte gibt, schlägt. Er bekommt also nur 2 Punkte für die, die quasi noch in der Neutralenzone steht, ähm, könnte jetzt noch eine freie Bewegung machen, möchte er aber gar nicht, ähm, genau. Genau, also ich hatte jetzt die Besessene da in der Mitte zwischen den Finsterdämonen so abgeschirmt, dass er mit seinem, ähm, Feuerbasilisken mit der freien Bewegung nicht mehr rausgekommen wäre und, äh, ich muss mir jetzt weiterhin auch Gedanken machen, wie ich da unten den Drachen, ähm, fangen kann, denn dadurch hätte ich quasi schon gewonnen. So rückblickend betrachtet erscheint mir das zumindest wie die beste Möglichkeit. Stattdessen werte ich hier zu einer, ähm, Warhexe auf, was, äh, vermutlich den Grund, das Spiel schon ein bisschen her hatte, dass ich versuche wieder mehr Triggerpunkte zu sammeln, ähm, aber die sind natürlich zumindest für Baselisken auch wieder relativ leichtes Futter, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ihr gerne mal, wenn ihr seht, äh, mit einem Zug hier, ähm, wäre es deutlich besser gelaufen, sehr schnell und ohne dass der Gegner das quasi hier, die Drachen das verhindern könnten, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr mir, ähm, den Zug sendet und, äh, oder kommentiert und ich das dann mal durchspielen kann und, äh, ja, die Dämonen hier ein bisschen, äh, die Ehrenrettung zurück erhalten, wobei aktuell sieht es ja noch gar nicht so schlecht aus, ne, 4 gegen 3, aber ich glaube, ähm, das war von mir nicht optimal gespielt und, äh, die Dämonen könnten das eigentlich besser, deswegen würde es mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich werte hier jetzt erstmal zum 3er auf, um wieder einen 3er zu haben, um den 6er, ähm, bedrohen zu können. Äh, hier kommt dann der Split, was meinen 6er wiederum etwas unter Druck setzt, ähm, genau, da er im nächsten Zug einen der 3er, äh, vor den 6er bewegen kann und der dann zumindest wegziehen muss, was dann auch schon wieder von den Ruinen her, also wenn er einmal irgendwie eine starke Kreatur da auf der Ruine drauf hat, könnte er halt theoretisch auch, äh, da drauf gehen. Ich, ähm, splitte wiederum selbst meinen, ähm, 6er, hätte vielleicht auch noch Zug warten können, denn wenn er mich wirklich bedroht hätte, hätte ich dadurch, ähm, zumindest einen Tausch, äh, erzwingen können, der jetzt, weil es halt in meiner Hälfte ist, auch nicht optimal für mich gewesen wäre. Auch hier wieder der Verweis, ich glaube, es wäre deutlich besser gewesen, wenn ich am Anfang versucht hätte, mehr seinen, äh, Basilisken in seine eigene Hälfte zu drücken. Und er betreibt wieder Blutmagie und wertet auf einen 5er auf und das ist wieder ganz, ganz gefährlich, weil da stehen wieder ganz viele Kreaturen, die halt, äh, eine niedrige Stufe haben als 5 und er könnte sich theoretisch da wieder komplett durchfressen. Deswegen muss ich wieder nachdenken, was ich denn machen möchte. Und, äh, ja, die Besessene muss da weg. Ich hab aber zum Glück auch 3 Triggerpunkte und die kann man nicht nur zum Fallenstellen einsetzen, sondern die kann man auch einsetzen, um sich mal ganz schnell wegzubewegen. Prinzipiell wäre es schön gewesen, wenn ich hier, äh, die Besessene einfach 1 nach links hätte ziehen können, um mir den 3er zu schnappen, aber dann hätte halt im Anschluss der Basilisk meinen 4er und meinen 3er und den nächsten 4er geschlagen und, äh, ja, ich hätte verloren gehabt. Auch hier wieder durch dieses, äh, ja, mehrfach und diagonal schlagen kann man sehr schöne Sachen machen. Äh, genau. Basilisk kommt jetzt auch rein, bedroht wieder meinen 3er und perspektivisch auch meinen 4er. Ich, ähm, mache jetzt, denke ich, einen weiteren Fehler, indem ich da einen Wicht reinsetze. Aber man, äh, sieht auch eine weitere Stärke von dem Basilisken, nämlich 2 zusammen können halt sehr viele Felder nebeneinander, äh, abdecken. Und ich wäre hier mit dem 3er ja auch nicht mehr, ähm, rausgekommen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es an dieser Stelle noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Ähm, so bedroht er jetzt meinen Wicht und auch meine Moorhexe gleichzeitig. Und wenn ich noch etwas überleben hätte wollen, hätte ich die Moorhexe vermutlich wegziehen müssen. Jetzt habe ich hier den Dämon aufgewertet. Er hätte tatsächlich einfach, ähm, ja, den 4er und den 2er schlagen können. Das hätte schon gereicht von den Siegespunkten her. Ähm, ja, wir sind jetzt mal, haben wir jetzt mal durchgespielt. Er kann den Wicht halt einfach schlagen und zurückziehen. Und, äh, bedroht dann meine Moorhexe und den Jäger immer noch. Und ich kann quasi nichts mehr dagegen machen, die zu retten. Ähm, ja. Also ich habe da keinen Weg mehr gesehen. Hätte ich vorher die, äh, Moorhexe weggezogen, hätte ich ja auch keine Möglichkeit mehr gehabt, den, äh, Jäger dann irgendwie zu sammeln. Und dann habe ich hier gerade am Schluss dem, äh, glorreichen Drachensieger noch ein Opfer in Form einer Besessenen gegeben. Ja, und das war das Spiel. Drachenspieler sich noch einen weiteren Geist aus der Mauer quasi rauslösen. Den schnell nach vorne bewegen, auf eine 3 und dann mit der Blutmagie auf eine weitere 5 aufwerten. Und wenn man zwei Fünfer hat und der Gegner hat selber nicht so hohe Kreaturen, dann wird es halt schnell extrem gefährlich. Weil die, wenn sie nebeneinander stehen, vorne und hinten vier Felder abdecken und auch immer quasi hinterher ziehen können. Hier würde mich, wie gesagt, extrem interessieren, wo ihr seht, was der Dämonen-Spieler hätte besser machen können. Also ich. Und, äh, vielleicht kann man das dann an ein paar Knackstellen nochmal durchspielen, schauen, wie man dagegen ankommen hätte können und das Ganze dann im Video verlinken. Bis dahin, viel Spaß!